An jedem Hügel verbirgt sich eine tolle Lage, ein spannender Wein. Ich reise um den Eckkugel wegen dem Wein, aber ich kehre immer zurück zu Deutschland. Trink, was dir Spaß macht und nicht, was andere sagen, was dir schmecken soll. Wenn man es schafft, im Most schon die Herkunft von einem Wein zu schmecken, dann hat man es geschafft. Ich will ja, dass es packt. Also Wein muss Gänsehaut erzeugen. Das Schicksal eines jeden Weines besteht darin, dass er getrunken wird. Das ist eine unendliche Faszination, weil die Möglichkeiten von diesen Weinen unbegrenzt sind. Einzelmal. Das ist eine unendliche Faszination, weil das genutliche Faszin ist, dass ich avant convicted Vielen Dank.